Willkommen bei den Popculturellas. Euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Hallo, wir müssen reden. Hallo, wir müssen reden. Willkommen bei den Popculturellas. Willkommen. Willkommen. Und ich muss mich jetzt schon mal, also ich, Andrea, muss mich jetzt schon mal entschuldigen. Der Nachbar hat heute die Enkelkinder zu Besuch und die sind heute ein bisschen lauter, sehr aktiv. Die verwechseln die Wohnung immer gerne mit einem Abenteuerspielplatz. Soll jetzt nicht unser Problem sein, aber wenn es im Hintergrund ein bisschen lauter wird, ihr wisst, woran es liegt. Ja, das passt ja voll zu unserem ersten Thema. Das ist ja wie... Auf jeden Fall. Also, wie vorbereitet. Weil wir haben heute nämlich das Thema Kinder-News, Baby-News. Love it. Okay, wir sagen es euch mal direkt auf die Pfanne. Scarlett Johansson, die Hollywood-Schauspielerin, ist ja seit 2017 mit Colin Jost. Ich weiß gar nicht, ob man ihn so ausspricht. Colin Jost. Ich sag es einfach mal. Ich glaube, Jost. Jost. Colin Jost. Zusammen, der ja Komiker bei SNL als Saturday Night Live ist. Ich finde es ein geiles Couple, muss ich echt sagen. Und sie sind jetzt im August 21 Eltern geworden von ihrem gemeinsamen Sohn Cosmo. Cosmo. Ich mag den Namen irgendwie. Ich auch. Irgendwie passt es zu den beiden. Ich weiß nicht. Hat der nicht sogar noch einen Zweitnamen? Irgendwas habe ich gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Ich habe nur Cosmo gemerkt und dachte, das ist was für ein süßer Name, wenn ein Kind Cosmo heißt. Scarlett Johansson hat ja auch schon eine Tochter, Rose, die 2014 geboren wurde. Scarlett Johansson stammt aus ihrer Ehe mit Romaine Doriak, mit dem sie 2014 bis 2017 zusammen war. Und Scarlett und Colin haben sich ja im Oktober 2020 heimlich getraut. Mhm. Und sind total verliebt in ihr Baby. Was ich sagen wollte, ist, aber über das Kennenlernen Dates in die beiden sind sich ein bisschen uneinig. Er sagt nämlich, sie haben sich 2006 kennengelernt. Und Scarlett behauptet, sie kann sich erst ab 2010 an ihn erinnern. Das finde ich immer geil. So voll romantisch. Ja, 2006. Ich erinnere mich genau so. Dude, who are you? Daran warst du für mich non-existent. Ciao. Ja, die haben sich natürlich bei der Arbeit bei SNL kennengelernt, also bei Saturday Night Live. Und die haben ja immer unterschiedliche Celebrities als Hosts dort. Und Scarlett war schon diverse Male dort als Host zugange. Und ich glaube, dadurch kommt vielleicht die Diskrepanz auch zustande. Das kann gut sein. Ich finde ja auch sehr lustig. Hier der Komiker Michael J., der auch bei SNL tätig ist, Kollege von Colin, zieht den ja manchmal auch ganz gerne auf bei SNL, dass er eben mit Scarlett Johansson zusammen ist. Einfach mit so einem Big Boss Schauspieler Hollywood Star. Und das ist schon, ich finde es schon sehr witzig. Ja, das war auch süß, als die beiden gedroppt haben die News, dass sie Eltern geworden sind, haben sie geschrieben so, ja, wir freuen uns, es ist ein Junge, wir bitten um Privatsphäre. Und er muss noch gepostet haben, so, ja, bei Fragen fragt bitte meine Kollegen von SNL. Sie ist einfach so geil, ich liebe es einfach. Ja, ich hatte das gar nicht so mitbekommen. Ich habe diese Beziehung nicht wirklich mitbekommen. Ganz spannend. Ich habe sie auch nur so ein bisschen mitbekommen, mal in so SNL-Clips irgendwie mal kurz. Aber ansonsten haben die beiden es echt geschafft, ihre Privatsphäre ziemlich zu schützen, hatte ich den Eindruck. Also, ich meine, gut für sie. Auf jeden Fall. Tut auch gut. Also in der heutigen Zeit und als Promi und gerade in Hollywood und so. Und wir wissen ja, es ist nicht mal alles Gold, was glänzt. Und halten tun die Beziehungen ja auch selten. Deswegen toi, toi, toi. Ich wünsche euch alles Gute. Und ja, mal gucken. So sieht es aus. So sieht es aus. Also es scheint da nicht so turbulent zuzugehen wie bei Kylie Jenner und Travis Scott. Denn, ihr Schnuggis, ihr kennt, also wir gehen uns einfach davon aus, dass ihr alle wisst, wer Kylie Jenner ist, oder? Na, hoffentlich. Also Entschuldigung. Also ich meine, Kardashians, Kris Jenner, sie ist ja auch die Tochter von Kris Jenner und jetzt Caitlyn Jenner. Also Bruce, jetzt Caitlyn Jenner. Hat ja noch eine Schwester Kendall Jenner und noch einige Halbgeschwister, die, ja, vielleicht einigen bekannt sind. Und so ein bisschen. Kylie Jenner hat ja schon eine dreijährige Tochter mit Travis Scott, der vielen von euch vielleicht auch als Rapper, Sänger und Musikproduzent bekannt ist. Er hat ja auch ein krasses Album gedroppt mit Astroworld, aber dazu ein andermal. Und die beiden haben diese süße Tochter Stormy. Ja, die ist relativ bezaubernd. Ja, die ist sehr, sehr süß. Und Kylie hat auch immer gesagt, sie möchte unbedingt ein Geschwisterkind für Stormy und sie möchte keinen großen Altersunterschied, weil sie und Kendall ja auch nur ein Jahr auseinander liegen. Und ja, es wurde Zeit, sie haben wohl schon eine Weile an einem Geschwisterchen gearbeitet, sind in die Produktion gegangen. Und ja, mit Travis Scott ist es ja so eine On-Off-Beziehung. Ich war ein bisschen erstaunt, dass sie jetzt zum zweiten Mal ein Kind mit ihm erwartet, weil ich meine letzten News waren irgendwie, dass sie getrennt waren. Anscheinend haben sie wieder angebundelt. Ja, anscheinend führen sie jetzt offiziell eine offene Beziehung. So ist halt natürlich die Frage, wie kommt sowas immer zustande? Eine offene Beziehung, also es klingt so, als ob der eine jetzt nicht so treu ist wie der andere vielleicht. Aber ich habe das damals auch gar nicht mitbekommen. Aber ich muss auch sagen, wir beide alten Kardashian-Jünger, ich bin auch noch nicht so weit in der Sendung, dass ich sagen kann, ich habe die Beziehung von den beiden mitbekommen. Ich bin auch noch nicht so weit, muss ich zugeben. Ich habe das dann immer nur so durch News mitbekommen, aber nicht durch die eigentliche Reality-Serie. Ja, also mein letzter Stand war doch wirklich, weil ich habe das nicht so verfolgt. Also gerade ist für mich so die Beziehung mit ihrer Schwester Kourtney und Travis Barker im Vordergrund. Ja, also ich müsste dann auch wirklich ... Bei den ganzen Travisen kommt man durcheinander, gell? Man kommt durcheinander und ich hatte wirklich dann nur noch schnell so aus Wikipedia rausgezogen. Ah, Stormy wurde am 1. Februar 2018 geboren. Hier ist euer Fact. Und hier ist euer Fact des Tages. Hier ist euer Fact des Tages. Der heißt ja übrigens mit bürgerlichem Namen Jacques Webster. Ja. Sein Vater hieß wohl auch schon Jacques und es wäre ihm wichtig, er würde sich wünschen, dass es ein Junge wird, dass er den Vornamen wieder weiter vererben kann. Oh, ist das schön. Ja. Sie werden halt solide mit dem Alter. Sie werden solide, sie werden solide. Ja, witzig. Also mal gucken, bin gespannt. Kylie scheint die Schwangerschaft sehr zu genießen und sehr, sehr glücklich zu sein. Das freut mich sehr für sie und wir wünschen den beiden alle die Jute. Auf jeden Fall. Und nur kurzer Side-Fact, falls ihr nicht wisst, welcher dieser Kardashian-Jenners das ist. Das ist die jüngste. Sie ist die mit dem Make-up-Imperium. Vielleicht habt ihr das schon mal mitbekommen. Was jahrelang nicht in Deutschland verkauft werden durfte, weil sie irgendwelche Regularien nicht eingehalten haben. Aber ich bin letztens durch München-City gelaufen und im Douglas ist jetzt Werbung davon. Und also, wir können jetzt auch die Kylie-Edition kaufen. Uh, Kylie Cosmetics, coming to Germany. Also Leute, gute News. Gute News, wir sind übrigens nicht gesponsert. Aber, falls ihr uns sponsern wollt, ruft an. Ruft einfach mal an, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, droppt uns mal eine Message. So, ja, Message. Also, das ist wieder Willen. Oh, schöne Übergang. Also, war gar nicht geplant. Aber, ich bin ja großer Fan von Lizzo, der Sängerin Lizzo. Ich feiere die Frau. Seit 2019 ist sie bei einem Major-Label. Und seitdem geht Schlag auf Schlag acht Grammy-Nominierungen. Sehr geile Musikvideos. Sie ist sehr bekannt geworden. Also, man verbindet sie einfach mit Body-Positivity. Ja. Manche sagen auch, ja, der Begriff ist mittlerweile, hat sie irgendwie mal in einem Statement gesagt, mittlerweile ist der schon so wie, ja nicht ausgeleiert, aber es geht irgendwie als cool abgedroschen. Aber sie steht einfach so dafür, vielleicht auch wieder Willen, weil sie ist eine mehrgewichtige Frau. Und natürlich steht sie in der Öffentlichkeit so. Und sie geht eben einfach sehr selbstbewusst mit ihrem Körper um, was ich total feiere und ist so die Selbstliebe-Päpstin gefühlt. Und ich feiere diese Frau einfach und ich feiere ihre Songs. Es sind einfach gute Lieder. Und ich finde mit ihren Texten und ihren Musikvideos und Outfits und Insta-Videos und ihrem Twerken und alles, was sie halt so macht, steht sie einfach so für Selbstliebe und being unapologetic. Also einfach ohne Entschuldigung, sie selbst zu sein. Und es gab jetzt eben da so einen Vorfall. Sie hat ja am 13. August ihren neuen Song, ihre neue Collab mit Cardi B, ihren neuen Song Rumors gedroppt. Cardi ist so geil. Die, also hochschwanger, da ein Musikvideo auch am Start ist, was ich wirklich auch erst mal schon mal feiere. Wo Lizzo auch meinte, also wenn ich schwanger wäre, dann würde ich einfach nur zu Hause sitzen und Cheetos essen. Also Respekt an Cardi, dass sie ihren schwangeren Arsch, um es mal so zu zitieren, zu meinem Musikvideodreh geschleppt hat. I like. Jedenfalls, das Ironische ist, dass sie eben in dem Video Rumors darüber singt, über Mobbing und Hasskommentare, die sie und Cardi bekommen haben. Und was folgte auf dieses Video? Hasskommentare. Genau das Gleiche nämlich wieder, gell? Ja. Und das ist halt so bescheuert. Und es waren halt vor allen Dingen wirklich rassistische und fettphobische Statements, wo Lizzo dann auch gesagt hat, also sie ist dann einfach in einem Instagram-Live-Video irgendwann weinend zusammengebrochen. Und es ist halt dann um die Welt gegangen und ich zitiere. Lizzo meinte halt, meistens ist es mir egal, aber ich glaube, wenn ich viel arbeite, sinkt meine Toleranz, meine Geduld geht zurück. Ich werde sensibler und dann trifft mich so etwas. Ja. Weil sie meint einfach, okay, sie ist am Hasseln und sie gibt so viel von sich, so viel positive Energie und dann kommt so viel Scheiße zurück. Also nicht nur natürlich, aber es kommt irgendwie auch viel Scheiße zurück. Und dass sich die Leute bitte nicht so sehr auf ihr Aussehen konzentrieren sollen. Und sie meint auch so, okay, wenn dir der Song nicht gefällt, cool. Wenn meine Musik dir nicht gefällt, cool. Aber dann zieh halt weiter und beleidige mich nicht, weil halt auch, muss man auch sagen, und wir sind dann eben leider doch noch nicht so weit, wie man es gern wäre. Sie wurde auch Mammy genannt. Und das ist eine abwertende Bezeichnung für das Stereotyp von schwarzen Kindermädchen beziehungsweise von Kindermädchen, POC-Kindermädchen. Und sie hat auch noch krassere Direct Messages bekommen. Und ich finde das echt hart. Ich finde das richtig hart. Und nur kurze Korrektur, es war TikTok, weil sie sehr auf TikTok sehr präsent ist. Und es war so ein Live-Video von ihr, wo man auch sieht, wie diese Kommentare halt reindroppen. Die Leute sind da so, hey, was ist los? Warum weinst du? Du musst nicht weinen. Du bist so toll. Und man sieht das halt immer so aufploppen, wie bei jedem Instagram-Live. Und die kriegt so viel Zuspruch und dann gibt es halt diese geringen, sage ich jetzt mal. Wenn du so viel Zuspruch kriegst, dann ist die Anzahl der Hasskommentare wahrscheinlich nicht ganz so groß. Aber die bleiben halt am ehesten hängen. Und wenn die auch noch so richtig krass sind, ich kann sie so verstehen. Und ich kann auch die Aussage verstehen, je mehr du arbeitest, desto mehr sinkt dein Toleranzlevel. Weil du weißt, wie viel Arbeit du reingesteckt hast. Und wir alle kennen das. Von außen ist das nicht ersichtlich oftmals. Die Leute können das nicht so anerkennen. Aber es ist dann verletzend, je mehr Energie du reingibst. Weil es ist auch anstrengend. Du machst es zwar aus Leidenschaft wahrscheinlich. Aber wenn dann so blöde, bescheuerte Kackmist kommt, ich kann das komplett verstehen. Komplett. Total. Und man muss ja auch noch sagen, dass Lizzo ein gebranntmarktes Kind ist, möchte ich jetzt fast sagen. Die kämpft schon eine ganze Weile mit Depressionen. Wo, was sie auch komplett öffentlich macht, sie spricht darüber. Sie hat zum Beispiel live bei einem Festival 2019 in Glastonbury auf der Bühne gesagt so, hey Leute, lasst uns ein bisschen Mantra chanten. Irgendwie so, ich bin schön, ich bin toll. Und ihr sagt das alle. Und wenn ihr heimgeht, sagt ihr das vor dem Spiegel. Und dann sagt sie so zum Schluss so. Und jetzt sagt ihr das einmal für mich alle, weil ich brauche das auch. Ich bin depressionsgeplagt. Und ich muss das jetzt auch mal gerade hören. Ja. Ja, also da zeigt sie sich ja auch sehr verletzlich. Und dann ist es halt wirklich einfach nur schade, wenn Leute genau da reinhauen. Weil sie wirkt auch oft einfach sehr tough. Und auch in ihren Musikvideos sehr selbstbewusst. Ich persönlich, mein Lieblingsvideo von ihr ist einfach immer noch Boys. Und ich glaube, danach kommt Juice. Also Boys ist für mich einfach so ein Video. Das finde ich einfach super, super geil. Rumors fand ich auch. Klar, es ist groß produziert. Sie ist bei einem Major-Label. Es war jetzt nicht immer so ganz meins. Aber ich fand es auch schon einfach trotzdem ziemlich nice. Und es ist Lizzo und es ist sie und Carly dabei. Das ist auch cool. Ich finde auch die Texte gut, weil sie halt wirklich sehr direkt auf Mobbing eingeht. Und auch auf diesen Sexismus auch, der in der Branche hält. Ich finde die Texte in dem Lied teilweise besser als das Musikvideo, muss ich ehrlich gestehen. Aber die Texte sind sehr on point. Total. Ich finde die Texte auch besser tatsächlich als das Video. Aber trotzdem finde ich, es ist Lizzo. Ich liebe Lizzo. I like. Und sie hat ja auch dann noch auch großen Zuspruch bekommen von vielen aus der Musikindustrie. Zum Beispiel Missy Elliott hat dir einen Blumenstrauß nach Hause geschickt. Und hat auch eine sehr schöne Karte dazu geschickt, wo sie geschrieben hat, alle paar Jahrzehnte bricht jemand aus der vorgefertigten Form aus. Du bist einer dieser Menschen. Leuchte weiterhin und sei auf deinem Weg gesegnet. Also das finde ich schon richtig, richtig schön. Und was ich sehr gefeiert habe, der Rapper Game. Ja, The Game. Auch ein sehr lustiger Studiogast mal bei der Wendy Williams Show, die ich auch mal ganz gern gucke, wo ich dich auch ein bisschen kontrovers finde mittlerweile, wo er darüber redet, mit wie vielen Kardashians er geschlafen hat. Guck dir das bitte mal an. Okay. Witziger Typ. I will do this. Aber der, und das hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet, hat so ein geiles Support-Video auf seinem Insta-Account gedreht. Also an seine Hater oder auch Fans gerichtet, aber wo er auch eben Lizzo supportet. Und er geht darauf ein, weil er ist 41, so auf Kommentare von Leuten, die sagen, ja, du bist zu alt irgendwie für das Musik-Business und sowieso. Und dann geht er auch darauf ein, auf die Hass-Kommentare, die gegen Lizzo da gerichtet wurden. Meinst du, im Grunde meint er einfach so, ey, Leute, beschäftigt euch mit eurem eigenen Selbsthass, mit eurem eigenen Leben. Stay in your place. Ihr seid Fans. Und what the fuck, ich lebe mein Leben. Ja, ich bin 41 Jahre alt, ich mache, was ich machen will. Ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Kinder. Rede dann auch über Beyoncé und J-Lo und Lizzo. Lass die Leute doch einfach in Ruhe irgendwie immer diese Kommentare. Zu dick, zu dünn, zu alt, zu jung. Also, was soll das? Und das fand ich so, wo ich dachte, oh, Game. Das ist sehr witzig. Also das fand ich irgendwie ganz nice. Es kommt zum Glück auch echt viel Zuspruch für Lizzo. Aber ich kann verstehen, dass wenn du in der Öffentlichkeit stehst, weil er meinte auch, wie wäre das denn, wenn ihr in der Öffentlichkeit stehen würdet und Leute euer Leben ständig judgen würden? Wie würde das aussehen? Das wären die Ersten, die es nicht so geil finden würden. So möchte ich es mal ausdrücken. Ja. Und ich finde es halt auch hart, guck mal, wenn jemand schon eh öffentlich macht, ey Leute, ich leide an Depressionen, das machen die Leute nicht aus Langeweile. Das machen die Leute nicht, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, weil das machen die Leute wirklich aus Selbstschutz. Und sie hat in einem vorhergegangenen Post auf Instagram oder TikTok, ich weiß es nicht genauer gesagt, Also quasi, ähm, Ey Leute, ich bin depressiv, ich kann mit niemandem reden, weil es kann eh keiner was dagegen tun. Sie versucht so krass mit Selbstliebe dagegen zu steuern. Aber es fühlt sich gerade alles so eine Ablehnung an. Und sie hat manchmal das Gefühl, dass die ganze Welt sie ghosten würde, also ghosten quasi sie ignorieren würde. Und an dem Tag, wo sie den Post gedroppt hat, hat sie geschrieben, sad as fuck, also ihr geht's richtig scheiße today, also ihr geht's richtig scheiße heute. Aber auch das wird irgendwie vorbeigehen. Und ich finde, wenn jemand sowas öffentlich macht, das ist nicht irgendwie kurz Aufmerksamkeit abgreifen. Das ist wirklich so, ey, nehmt die Leute mal ein bisschen den Schutz. Also schützt die Leute. Mhm. Weil das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Voll. Und ich, also ich bin, ich habe mich da dann auch gefragt, was hat sie für ein Umfeld, also wirklich ein nahes Umfeld, jetzt nicht einfach nur irgendwie Kollegen, sondern ich hoffe, sie hat ein unterstützendes Umfeld, das sie aufhängt. Sie hatte mal in irgendeinem Interview gesagt, so von wegen, sie hat Freunde von früher, aber die sieht sie halt auch nur alle Schaltjahre mal, weil die sind halt nicht in dieser Bubble drin oder leben nicht in Los Angeles oder so. Und das kann halt auch schon echt hart sein, Gär. Und wir alle kennen das. Du hast diesen, alles läuft auf einen Termin hin, große Aufmerksamkeit, viele Leute um dich rum und dann ist irgendwann dieser Termin vorbei und du bist alleine. Mhm. Ja, voll. Also das, da habe ich gedacht, du brauchst echt ein gutes Support-System, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und wenn du halt einfach, aber eigentlich habe ich gerade gedacht, gut, es wird immer Hater geben, wenn Leute außerhalb der Norm irgendwie sich bewegen, aber auch in der Norm. Also selbst, ich kann mir vorstellen, dass auch, weiß ich nicht, eine Katy Perry oder eine Billie Eilish oder I don't know, unterschiedlichste Frauen einfach auch mit Hassnachrichten umgehen müssen oder nicht nur Frauen, auch Männer, aber... Alle Frauen. Alle Frauen. Du kannst aussehen, wie du willst. Du kannst aussehen wie Giselle Bündchen. Jeder würde irgendwas an dir finden, was er scheiße findet. Genau. An den Männern genauso. Aber ich behaupte wirklich mal, dass Männern mehr verziehen wird als Frauen. Ja, ich behaupte auch, dass wir da noch nicht so ganz auf Augenhöhe sind, was das angeht. Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, gut, wir haben uns weiterentwickelt seit Framing Britney Spears, also in dieser Doku, wo mal gezeigt wurde, wie in den 2000ern über Frauen in der Öffentlichkeit berichtet wurde. Da sind wir schon weiter, aber es ist noch Luft nach oben. Definitiv. Und ja, und es ist einfach scheiße zu sehen, wie Leute angegangen werden. Weil ich denke so wirklich, wenn dir die Musik nicht gefällt, alles klar, ist es Geschmackssache, aber hau nicht irgendwie so einen Hate-Scheiß raus, nur weil du findest, dass eine Person nicht so aussieht, wie du findest, dass man aussehen sollte. Und wer bist du, dass du zu sagen hast, wie wer aussehen soll? Also ganz ehrlich, warum entspannen wir uns nicht alle einfach? Versuchen uns gegenseitig zu supporten. Das wäre halt so das Wünschenswerte. Übrigens nochmal ganz kurz, kleiner Exclaimer oder Disclaimer hier zu Rapper The Game. Ich finde es nicht geil, dass er bei der Wendy-Williams-Show da so über die Kardashians gesprochen hat, aber Wendy Williams ist eine sehr spezielle Moderatorin, die halt sehr ungemütliche Fragen stellt oder die dafür bekannt ist, dass sie so racy questions immer stellt. Er von sich aus wollte eigentlich nicht darüber sprechen, aber sie hat den sehr gepusht. So, aber das ist nun mal, schaut es euch mal an. Die ist die wandelnde Yellow Press für mich, ganz ehrlich. Total, also Wendy Williams ist auch immer mehr in die Kontroversen gekommen, das ist nun mal ein anderes Thema. Die Frau hat so viele Skandale an den Hacken, das ist schon, I don't know, also es ist, da sind sehr viele Cringe-Momente dabei bei dieser Frau. Also mittlerweile, ich gucke sie auch so gerade seit Längerem nicht mehr so, weil ich, also da gibt es auch noch ein paar Folgen, die wir über sie machen könnten. Das wäre aber eine eigene Folge. Sehr gerne, sehr gerne. Aber ich möchte kurz nochmal auf den Punkt des Supporting Systems zurückkommen, den du gerade angesprochen hast. Wir alle brauchen das ja. Wir alle brauchen unseren Rückhalt von Freunden, von Familie und alles und jeder muss sich da irgendwie seine Wohlfühlgruppe schaffen, was ganz wichtig ist. Und was ich mir halt wünschen würde, weil wir Frauen, wir stehen halt viel schneller in der Kritik für alles, für Optik, für Business, für Familie, für Karriere, für alles. Also du kannst ja eigentlich als Frau nur alles falsch machen. Arbeitest du zu viel, vernachlässigst du die Familie, bist du zu viel bei der Familie, dann hast du keinen Wunsch nach eigener Karriere. Also egal wie, es ist ja immer alles falsch. Und ich würde mir wirklich von uns Frauen wünschen und das meine ich ganz ehrlich, dass wir mehr auf Augenhöhe sind, dass wir mehr Verständnis füreinander haben, dass wir mehr akzeptieren, dass jeder seinen eigenen Weg geht und seine eigenen Wünsche hat und dass wir uns einfach mehr so unter die Arme haken und gegenseitig unterstützen und Hilfe anbieten und nicht immer gegeneinander keifen und sagen so, nee, 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 aber bei dir ist das so und so. Beziehungsweise es passiert ja alles hinterm Rücken. Es wird ja nicht mal offen ins Gesicht gesprochen. Das ist ja auch noch das Schlimme. Also dieses sich selbst aufwerten durch andere niedermachen, können wir das bitte einfach sein lassen? Es ist 2021. Es ist genug. Wenn du irgendwas brauchst, damit es dir besser geht, dann mach ein Wellnesswochenende oder so. Aber hör auf, an anderen Frauen rum zu kritisieren. Ja, total. Und oft ist das ja so eine eigene Unzufriedenheit, habe ich so den Eindruck, dass Leute mit ihrem Leben in irgendwas struggeln und dann irgendwie diesen Frust, weiß ich ja, Personen in der Öffentlichkeit meinetwegen auslassen oder auch im näheren Umfeld, kann es ja auch sein. Und natürlich ist es der schwierigere Weg oder der schmerzhaftere Weg, sich mit seinem Scheiß auseinanderzusetzen. Aber es ist, glaube ich, der einzige Weg, der uns alle irgendwie glücklicher, zufriedener macht und wo wir im Endeffekt dann auch, also wenn du zufrieden bist, wenn man selber zufrieden ist mit seinem Leben, wenn man selber ein Ziel verfolgt und ein gutes Umfeld hat und so weiter, klar, muss man sich auch erst mal schaffen, dann ist man auch irgendwo freundlicher zu anderen. Also wenn natürlich, man sollte eigentlich immer freundlich sein, klar, so das Ziel, auch wenn man frustriert ist, aber dann kann man das vielleicht auch irgendwie dann anders kanalisieren. Und es wäre einfach wünschenswert, dass wir einfach lernen aus der Vergangenheit. Also ich sage nochmal, Framing Britney Spears, wenn man das sieht, denkt man so, wow, wie haben wir denn in den 2000ern über Frauen geredet? Ja. So, also das war ja und es wurde überhaupt nicht reflektiert, wenn man sich heute diese unreflektierte Scheiße, dieses unreflektierte Bashing anguckt, wie mit Frauen, also jetzt am Thema vielleicht gerade zufällig Britney Spears, aber es war ja übergreifend geredet wurde, denkt man so, wow, wie krass unreflektiert war diese Zeit und jetzt sind wir doch eigentlich an einem Punkt, wo wir alle rausfinden wollen gemeinsam, wie schaffen wir es, uns alle zu inkludieren und niemanden mehr auszuschließen? Und ich hoffe, wir kommen da einfach mal weiter. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Ach ja. Ich möchte übrigens nur noch sagen, auch Männer sind Frauen gegenüber sehr hart in der Kritik. Also da gibt es auch welche, aber ich beobachte das schon sehr, dass Frauen untereinander so sind. Deswegen habe ich das eben so gesagt. Ja, Ladies. Ja. Und Gentlemen. Das war unsere kleine, süße Folge für heute. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Informationen für euer nächstes Cocktail-Date mit auf den Weg geben. und wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Gehabt es euch wohl, passt auf euch auf. Ihr findet uns wie immer bei Social Media, Facebook, Instagram unter PopCulturellas, Culturellas mit C. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten, auf eure Kommentare. Hinterlasst uns gerne Kommentare. Und wenn euch unser kleiner, süßer Podcast gefällt, freuen wir uns auch auf positive Bewertungen bei iTunes zum Beispiel. Und wir haben auch einen kleinen Spenden-Button, weil wir natürlich versuchen, unser Equipment immer schön auf dem neuesten Stand zu halten. Und wenn da mal ein Groschen für uns abfällt, können wir uns natürlich auch nur verbessern. Und wir würden uns darüber sehr freuen. Sehr freuen. Das findet ihr alles über den Link in unserer Bio auf Instagram. Und ja, danke fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Ja und Paypal uns eure Liebe. Scherz, ihr könnt uns einfach auch einen Kommentar droppen, da freuen wir uns. Und empfehlt uns weiter, wenn ihr Bock habt. Und ich wünsche euch eine richtig schöne Woche voller Selbstliebe und Spaß am Leben. Sehr schön. Macht's gut, eure PopCulturellas. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.